hey leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich bin selina und wir sind wieder in der solani welt letztes mal sind wir hier auf dieses einsame grundschritt grundschritt grundstück auf die einsame insel gezogen weil hier wirklich gar kein netz das heißt wir haben keinen strom keine sanitäranlagen kein modernes leben so das spiel ist übrigens letztes mal nachdem die folge abgedreht habe ist es hängen geblieben das heißt ich habe uns jetzt noch einmal auf das grundstück einziehen lassen und ich meine wir hatten auf alle fälle mal diese möbelstücke wenn wir noch was hatten dann weiß ich nicht mehr keine ahnung ich glaube wir hatten noch ein boot aber da ist ja auch eins von daher ist jetzt auch nicht ganz so schlimm gut die drei oh es ist silvester wir haben silvester so das heißt wir können jetzt auch mal angeln ich würde sagen timo beginnt mal zu angeln damit er die angelfähigkeit auch ein bisschen hoch treibt und wir fangen mal an die gegend zu erkunden hier ist ja schon mal ein mega geiler see können wir da rein nein okay schade wir können nicht rein aber ich hoffe natürlich immer noch dass hier der vulkan demnächst mal ausbrechen wird ich meine hallo wie geil sie das aus das ist okay geil ich hoffe der bricht aus ich will unbedingt wissen wie das ist was es alles zerstören wird ob es überhaupt was zerstören wird ist hier eine höhle können wir das erkunden können wir hier eigentlich überhaupt was erkunden das wäre mal richtig blöd wenn das gar nicht geht aber du kannst mal beginnen liebe so ich hier aufzuräumen und was ist das auch was für ein schönes grundstück moment mal das schisswrack ist ein haus wie geil ist das denn das wusste ich echt nicht neon kaiser fisch super timo dann angel du mal weiter was gibt es hier noch mein gott ich will hier einfach so viel neue sachen erkunden okay ich weiß auch wer das grüne wasser übrigens kommt das kommt nämlich vom vulkan vom vulkan leute jetzt habt ihr es hier übrigens auch man aber ich will doch man duschen okay timo dann geh du mal hierher und daran spielen mit wir können sogar im wasserfall spielen wie geil hör mal auf zu angeln wir müssen jetzt sofort auf direktem wege in diesen wasserfall dann hat nämlich die welt doch noch irgendwas verdammt cooles schnorcheln waren wir auch noch nicht das möchte ich natürlich auch noch ausprobieren aber ich glaube das funktioniert ja nur mit einer boje und ich habe bis jetzt noch keine gesehen komm komm brich aus aber hier ist eine tauch ausrüstung wie geil unter wasser kamera das ist auch schon mega cool okay dann schauen wir auf jeden fall gleich oh man da kann man ja direkt neidisch werden bei dem winter und man ist einfach so heiß hier fröscher anlocken genau macht das auch mal oh da ist ein frosch können wir den irgendwie ah jetzt frösche fangen wie süß ein frosch oh das ist ein frosch oh wie cool und jetzt hat er einen frosch ja komm da sind noch ein paar frösche warum muss erwarten wir können nackt duschen leute also jetzt mal grad zum ernst ne wie geil ist das bitte wir können also es geht nicht darum dass wir nackt duschen können ich meine das kann ja die sims schon seit sims 1 sondern im wasserfall wie schön sie das bitte aus vor allem generell dieser wasserfall oh räum mal auf was ist das wegwerfen ähm so wie weit bist du eigentlich mal aufräumen schon lange fertig ich finde ein bikini so schön ich will den auch in echt haben was hast du denn gefunden teil für sanitäranlagen geil weil wir auch sanitäranlagen haben beziehungsweise haben können mit dem grundschritt grundschritt will ich immer sagen mit dem grundstück wo war denn jetzt diese buje hallo ich will nur schnarchen beziehungsweise gerne oh hier hier tauchausrüstung ich möchte einmal äh tauchen nach muscheln das machen wir und schatzwerkzeug warum können wir hier eigentlich nicht tauchen aber wir brauchen fitness fähigkeit kreislauf atem ja okay machen wir einfach auch mal und tauchausrüstung mit unter wasserkamera natürlich haben wir zwar ein bisschen geld da gelassen aber hey warum auch nicht unter wasseraufnahmen machen und dann machen wir auch direkt geräte tauchen nach schatz wir werden heute einen schatz suchen das finde ich geil so ocean wie geht es dir was machst du so oh du musst pipi okay jo aber sonne dich auch erstmal mitten in der nacht das ist natürlich auch voll in ordnung delphin rufen das haben wir auch das letzte mal schon gemacht mega cool übrigens oh du kannst im meer schlafen das ist sehr gut weil du bist ja eine mehrung frau ich geh mal stark davon aus du kannst dich auch im meer erleichtern oh stimmt wir wollten die haare auch immer noch ändern aber wir können leider gar nicht auswählen dass man hier pipi machen kann naja vielleicht funktioniert das auch von selbst oh sieht so cool aus oh das ist echt mega cool so wie weit bist du okay du hast es aber gleich ich spule mal ein bisschen form du bist auch ein bisschen schneller ich will einfach wissen wie das ist oh pracht des ozeans wow wie das aussieht mit dem wasser und der umgebung und so richtig schön komm schon mach schneller level 2 der fitnessfähigkeit hä was ist denn mit euch beiden los er hat kalt und sie dehydriert die haut schält sich die augenlieder sind trocken und hängt die kräfte schwinden ocean leidet unter einer schweren meerjungfrauendehydration bringe sie ins wasser ocean ocean schnell 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 hier hin schwimmen okay sie hat sich jetzt in die hose gemacht aber komm sie hat sich höchstens in den meerjungfrauen schwanz gemacht warte ausgetrocknete ah jetzt sind sie weg na gut wie weit bist du madame wow ich finde du siehst jetzt zwar nicht so glücklich aus hat sie eigentlich was gefangen oder gefunden unter wasseraufnahme ach es ist cool das ist so geil okay hier sind ja auch noch neue früchte so wie ich das erfahren habe das heißt hier müssen irgendwo bäume sein logischerweise schon können wir da irgendwo hin wir können da hin komm er ist glaube ich noch am nächsten dran oder auch nicht aber er hat gerade Zeit oh du musst pipi wir können ja hier auch nirgends pipi machen ne ich hab das noch nicht so ganz verstanden wie das im meer geht also leute wenn ihr vielleicht wisst wie man sich im meer erleichtern kann dann haut's in die kommentare dann weiß ich nämlich bescheid also hoffentlich weiß ich dann bescheid genau dann schaut ihr aber erstmal was hier drin ist kann ich da mitkommen wohl nicht aber ich bin so gespannt was man da findet Licht im Dunkeln kurz vor dem Ende der Erkundungstour von Timo entdeckte er einen Lichtstrahl der aus dem Durchgang über ihn hervorbrach abgelenkt und nicht darauf achtend wo er hintrat purzelte Timo in einen unterirdischen Fluss da Timo total durchnässt war und das Licht bereits vergessen hatte beschloss er das Abenteuer lieber abzukürzen anstatt mit nasser Kleidung weiterzumachen hm ok was hast du hier jetzt für eine Stimmung unerwarteter Abstecher naja du darfst bald nochmal jetzt aber zuerst ähm schläfst du bitte mal hier faules Nickerchen komm du bist nämlich schon ganz müde so und sie ist immer noch am tauchen wo ist ein Hai oh mein Gott ein Hai krass ein Hai hat die es gesehen Leute wie geil was großen Fisch vorhin gesichtet wow was für ein niedlicher riesiger Brocken Zoe ist zuversichtlich dass der Hai ihr nichts tun wird was für ein goldiges Fischlein das denke ich natürlich auch immer wenn man ein Hai sieht das ist das erste was man in dem Moment denkt wow ist der süß oh da fährt jemand hallo kenn ich dich nee noch nicht man ich das auch schon wieder dehydriert aber ich würde mal sagen wir machen mal Essen Moment Moment ist da Müll im Wasser aufräumen sofort das andere das kann warten egal ob du Hunger hast wir müssen das jetzt mal weg machen sie hat was Gutes getan oh was ist das eingeschleimt warum das Wasser fühlt sich so an als würde es dann so kleben egelhaft okay das ist schon eklig aber deswegen haben wir aufgeräumt meine lieben Freunde ne aber jetzt darfst du es endlich mal anzünden wo ist Timo Timo was ist mit dir du müffelst ein bisschen aber nicht schlimm weil du kannst jetzt auch einfach duschen gehen ich finde das sieht mit dem Wasserfall so genial aus warum liegt hier immer so viel Müll das ist richtig eklig aber ich muss sagen die A hat das schon leider leider realistisch dargestellt ne Privatsphäre gestört warum da ist doch niemand was hat der denn alles ernten natürlich ernten wir alles okay Zoe schläft und Ocean ist am grillen und sie stinkt auch geil tanzen Feuerfarbe ändern was das geht dunkles rosa funktioniert das warte hör mal kurz aufzutanzen es klappt geil es klappt einfach so und jetzt noch ein Feuertanz das ist so cool das ist einfach so typisch die Kultur was haben die so gut dargestellt und dann einfach noch das pinke Feuer nebendran spielen wir können Feuer spielen was gibt es hier bitte für neue Interaktionen dehydriert oh mein Gott nein was passiert achso sie spielt einfach nur so ein bisschen mit drin ja gut Ocean komm dann gehen wir hier hin du kannst jetzt einmal hier hin schwimmen und dann auf Rücken treiben lassen bitte weil du brauchst Wasser du bist eine Meerjungfrau okay okidoki so Leute oh sie wird angerufen ukupanipu hekekiya möchte vorbeikommen und abhängen äh ne ne was hat er da aua gefährlicher Müll scharfen Kanten zahlt jetzt dafür niemand hat behauptet dass es einfach werden würde die Umwelt zu helfen das stimmt das ist nicht einfach aber vielen Dank Timo für die Hilfe vielen vielen Dank okay Leute das hier ist jetzt nur eine kürzere Folge ähm allerdings habe ich die Solani Welt heute gerade dolle erforscht also mega cool ich liebe dieses Pack wow okay jetzt geht sie ab jetzt geht sie ab wow jetzt kann es sich ja nicht verbrennen oder naja auf jeden Fall würde ich sagen das war es dann auch mal wieder für heute ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag genießt die Sonne geht raus meine lieben Freunde und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder das war单 das war Die Sonne hier die die